Verbinden Sie die Mini-WLAN-Kamera zum Start mit einer USB-Stromquelle. Das kann eine Powerbank sein oder ein USB-Netzteil. Legen Sie den Schalter auf ON, die rote LED leuchtet und ein WLAN wird aufgebaut. Mit diesem WLAN können Sie sich per Smartphone verbinden. In der App öffnen Sie dann die Kamera und lassen sich das Live-Bit anzeigen. Sie können die Kamera unter www.alarm.de erwerben.